Hildegard Krekel war eine deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin. Werdegang Sie war die Halbschwester der Schauspielerin und Sängerin Lottie Krekel. Die Tochter eines städtischen Angestellten kam im Alter von sechs Jahren zum Kinderballett, wirkte in zahlreichen Märchenaufführungen mit und sprach bereits in Kinderserien des WDR Hörfunks. Mit neun Jahren war sie an den Bühnen der Stadt Köln in Fuhrmann-Henschel zu sehen. Mit 13 Jahren gab sie ihr Fernsehdebüt, im Alter von 16 Jahren feierte sie ihren ersten großen Erfolg an der Seite von Inge Meisel als Selma Knobbe in einer ARD-Verfilmung von Gerhard Hauptmanns Die Ratten. Nach der mittleren Reife nahm sie Schauspielunterricht und hatte neben ihrer Fernsehtätigkeit ein Bühnenengagement am Rheinischen Landestheater Neuss. Bekannt wurde sie in den 1970er Jahren mit der Rolle der Tochter von Alfred Tetzlaff in Wolfgang Menges satirischer Fernsehfamilien-Serie Ein Herz und eine Seele. In den 1990er Jahren spielte sie neben Rudi Carell in der RTL-Serie Rudes Urlaubsshow und an der Seite von Harpe Kerkeling in Club Las Piranhas. Ab 1998 gab sie in der WDR-Serie Die Anrainer Die Kneipenwirtin Uschi Schmitz wie auch ab 2011 in der Nachfolgeserie Einfall für die Anrainer. Laut der ARD-Hörspieldatenbank wirkte sie zwischen 1960 und 2010 als Hörspielsprecherin in weit mehr als 100 Produktionen mit. Als Synchronsprecherin lieh sie ihre Stimme unter anderem Bette Davies und Helen Mirren. Sie hatte zwei Töchter und war die Lebensgefährtin des früheren Fußball-Nationalspielers Max Lorenz. Ihre Tochter Miriam Krekel ist Chefredakteurin der Tageszeitung BZ. Hildegard Krekel starb am 26. Mai 2013 an den Folgen einer Krebserkrankung eine Woche vor ihrem 61. Geburtstag. Ihre Grabstätte befindet sich auf dem Melatenfriedhof in Köln. ... ... ...